Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Hause heute, Mittwoch, 21. September? Es ist jetzt 7 Uhr und ich stehe in der Keralog, um Kartoffeln zu bringen. Ein schöner Herbstmorgen. Und ich bin der Erste, der hier vorgefahren ist. Um 8 Uhr muss ich schon wieder Kartoffeln graben. Darum habe ich mich geirrt, um rechtzeitig hier zu sein. Dokumentieren. Hier werden meine Kartoffeln kontrolliert. Ja, ist der noch gefilmt? Ich will auch filmen. Aha, warte. Ja, das ist der Keralog. Da steht ja noch Pallupchen. Neue Pallupchen steht da noch.